Ah ja, da stehen alle fest. Scheiße. Einer kommt jetzt da raus. Zwei. Oh ja, ok. Boah. Fuck. Wieso kommst du in die Ecke? Oh ja, das sieht ein Gegner aus, kommst du um die Ecke, steht so drei direkt gepackt und dann... Fuck. Was sind wir denn alle? Oh Gott. Da hat mich der Mitspieler bekillt. Oh, wir sind falsch auch wohl. Seine Haftkanade. Ja, aber wir halten ganz gut mit. Mal gucken, ob der Rest da oben. Kann man jetzt mal zu euch bleiben, mal ein bisschen zusammenbleiben. Boah, fuck. Da sind mir noch Granaten dabei. Was haben Sie nicht? Kommen Sie. Ihre Würde gehört dir. Hm. Oh, fuck. Ich bin ein Klingentänzer. Ich mach alle weg. Ich bin ein Klingentänzer. Ich hab ein Supertypen. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich bin ein Klingentänzer. Ich hab einen Supertypen. Jawohl, ich werde aufgeräumt Ich habe Super Ja, warte mal noch, bleib mal drinnen in der Wiki Ja Michael, sag wenn du Super brauchst, ich bin hinter dir fast Von mir aus, also kannst du, wenn es welche siehst Naja, ich würde erstmal warten müsste sie wieder, wenn gestern Ah, die Spiele, die sind alle jetzt hier um uns rum Nein, er hat mich noch getroffen Mein Signum liegt da rum, bei dir, Michael, hinter dir Ja, ich hab's gleich Danke Oh, leck Es hat gesheppert Dreifach-Kill Nein Ich bin da aus Ich bin, ich bin außen bei der Schmermonie Ja Ja, ich komme auch außen Wenn er noch kurz wartet, ich weiß nicht, ob jemand kommt Ich bin da Ich hab keine mehr gekriegt Ach komm, wie ist das, wenn ihr das fehlen, du blöder Deine blöder Huitz Jawoll Die war geil Whiii Brrrrrrrr Den zweiten Jawoll Der Pimp ist heute unglaublich laut, den wird man, wenn der sich dann irgendjemand das Video dann anschaut im Nachhinein, der wird so oft die Ohren aufschlagen. Ich glaube das wegen dem Headset. Nee, scheiße, ist das irgendwie, keine Ahnung, ist das heute irgendwie an. Ist das jetzt besser? Du musst irgendwann mal lachen und dann sag ich, wenn du mit dir redest, ist das ja okay. Aber ich habe jetzt das Mikro mal ganz zweifelig. Oh, goldene Kanone, Achtung. Also wir verstehen dich noch so. Also ich höre nicht, verstehen tue ich ja nicht. Was redet der da? Was? Hahaha. Ganz langsam schleiche ich an die Siegner ran, sowas egal so, nein, gib mir die Siegner, von oben kommt er. Boah, scheiße. Garnate. Alle ausradiert. Von hinten kommt einer. Das ist ja mistig. Oh, danke. Ey, ey, ey. Hinter uns. Hinter uns, hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Da. Da. Da haben dich nicht gesehen, aber... Boah. Ja, der hat uns geblitzt jetzt. Ist der an Michel vorbei? Ja. Ach, der ist an mir vorbei und hat euch geblitzt. Ja, ja. Ah, der ist an mir vorbei und hat euch geblitzt. Ah, der ist an mir vorbei und hat euch geblitzt. Ja, ja. Also komm, noch mal ein bisschen konzentrieren, sonst wird es zwar nicht mehr knapp. Drehen das nämlich noch, wenn wir noch... Oh, war ich auch noch ein super. Vorsicht hinter dir, Donald. Ja, ich hab gleich auch noch einen. Da muss noch strategisch gut gesetzt werden, dann geht er schon. Kling-Tänzer, Kling-Tänzer, Kling-Tänzer. Und Bogen. Ja. Scheiße. Ah, fuck. Nur noch eine Minute. Konzentriert euch. Jawoll. Da liegen noch ein paar rote Kugeln, das ist doch gut. Ich bin jetzt eingesammelt. Ich hab's super. Wenn sie kommen, hauen wir sie weg. Scheiße, so gut zwei noch. Scheiße, noch. Hab ich. Ich hab's gemacht. Jawoll. Nice. Gut gekämpft. Ich hab's ja richtig gelb, ja. Ich hab's mir geist. Auch hier esy. Drei. 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 schon wieder 3 85 es gibt es doch nicht kauft ihr halt ein die stolze turmspitze abgebrochen ein kuchen ja 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 Das war's für heute. So, was haben wir denn da? Dann müssen wir ein bisschen machen. Oh, jetzt kommen wir ganz alle raus. Jetzt, am Schluss, fangen wir ganz alle rum. Hm? Eisenbanner. Vorherrschaft. Alpha Team. Die Eiseninlords schauen zu. Da war ich selbst. Bw-w-w-w-w-w-w-w. Ha 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 ha. Oh ho 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 ho. Oh ho ho ho. Oh ho 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 ho. Flinkies. die gute alte eisensäge alle rasiert nein nein da sind wir voll in die wand reingelaufen kacke doch wenn man von der waffe gekillt wird die man selber noch mitnehmen wollte ja mit der munition das wäre ideal gewesen ja kommt schon so ein idiot der hat die granate geworfen und hat sich und mich umgebracht solange danach jemand seine dinge auf haben ist damit die von seinem team sind es alles gut vorsicht sauber letzter weg der war geil scheiße einmal videoclip gespeichert ich weiß nicht was ich hab eben mit der selbst anfangen zu machen ich habe noch eine ihre ehre liegt in schärmen ach Gott von mir hatte ich nochmal schlagen mit der Handkipp dann der Kick kommt so richtig schön als Luft beim Knie klatsch der ist geflogen ich höreste das Video ne das muss ich dann irgendwann mal sehen ja ich hab das Video ich mach da ein Highlight draus ja goldene Kanone shit und ein Klingentänzer ist auch gleich noch dabei naja ach komm du bist so krank du bist so krank des Vielen Dank.